hallo meine lieben herzlich willkommen hier ist ober mario euer alter sack von holz und tv und ich begrüße euch herzlich bei aber noch 57 so teure granaten ich habe ja noch kein diese rüstung hat er denn 50 wir haben jetzt 20 18 die kümmerung denken wir noch jetzt müssen wir erst mal warten nach wuchs dinger ich habe schwachsinn dinger gelesen nach wuchs mittel wasserhahn schalldämpfer 13 haben wir im moment nicht naja guck mal unten wird ja auch noch da sind die mit dieser und da habe ich schon ganze ganzes häuser also wird schon ganz zu häuser und die baut so wie es das auch schon aus mittel gebaut richtig mit kabel und so weit waren es schon mal aber lang lang war es her so ok das haben wir jetzt mein zeug verschwindet langsam in einer halben stunde was kann ich damit machen das ist mir schon wo wo ich es her aber weiß ich selber auch wofür es ist dann ist es eben weg ob es aber schön hinterwaschen danach erstmal ne wahrscheinlich ich würde ich würde ich würde ich mal so denken so jetzt habe ich natürlich inzwischen schon wieder vollkommen vergessen ist da oben auf dem dach aussieht ich brauche zwei es war die nach zwei es war zwei zum zudecken ja vorsichtshalmer so kurze mit wohnen auch im mörser oder nicht gleich gut so und dann ist doch meistens hier eckel hier zwei stück zwei sollten reichen schon wieder dunkel noch nicht er zeigt dass sie richtig ja was mache ich nach schaden hier ich habe schon noch mal und danach gibt es wieder gewicht und schlitten wasser schlauch dann weiß ich überhaupt nicht bei regen fühlt er sich glaube ich ich wollte doch noch ich wollte ich doch mal testen alleine schon wegen da und Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Cool. Hey, das ist ja cool. So, mach es jetzt mal. Doch, das ist wirklich cool. Die habe ich noch nie gebaut. Ja, und die piechst schon mal den Arsch. Den Arsch vor. Ja, das ist ja cool. Du bist der. Warum kriege ich keine Option für die Holzdecke? Oh, na also. Okay. So, und jetzt machen wir das. Hier ist noch eine drauf. So, die ist richtig. Und davon war er auch schon. Jetzt muss hier noch eine Seitenbank. Okay. Muss ja keiner. Ah, hier muss ja keiner Holzdecke noch. So, also eine Seitenbank. So, ja. Oh, nein. Oh, nein. Die kann ich jetzt, wenn die alles klar ist. Ja. Wo ist der Sticker? Ja. Das ist doch doch so. Ich weiß nicht. ich mache meine tüten Ich bin nicht ausgesehen, auch noch. Lüdes, bleibt. Ja, klar. Gibt es auch nicht. So, bleibt sich da hängen. Dann bleibt sich da dran. Ein Seitenteil brauche ich noch. Ein Seitenteil wird ja wohl noch basteln sein. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Wie gesagt, bei meiner Weihers Weihnachtsansprache, wer sie gesehen hat, es müsste die gleiche Musik sein. Oh. 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 Ich hätte nicht bald, es hätte ich da bald draufgeklickt. Ich werde ihn damit machen. Ich schmeiße es weg. Bevor ich mich noch selber entschärfe und sterbe. Ich würde mich, würde mich, würde mich überhaupt nicht wundern. rein schließen. Wo tue ich denn von den ersten Überlagen? Das würde ich mal gerne wissen, ne? Ah, entwandelt. Jetzt können wir doch... Ne, so weit sind wir ja noch nicht. Wo waren wir denn? Ach, hier. Schild in Rüstung. So, Sauersacke, Sauertot. Metallschild. Schrotkinder, einfache Schrotpatrone. Aha. Haben wir noch? Ne, haben wir nicht. Können wir nicht. Zwölf. 60, 60 Metallbahn. 95. Ne, gut, das ist ein bisschen größer, ne? Brauchen wir ein bisschen Platz hier. Langruhe. Okay, das kriegst du halt. Maschinelle Schrotflinte. Maschinelle Schrotflinte. Ha! Okay. Toilette. Die Toilette gibt mir voll Kraft. Ich finde es so cool. kräftig. Die Toilette ist so cool. Ja, das ist so cool. Ach, das ist so cool. Das ist so cool. Was ist das denn? Was ist das so cool? Oh, das ist das so cool. Ja, die Anforderungen, Materialanforderungen ja auch. Stört aber was. Gift, aber wie ist das mit? Das Gift habe ich gerade entsorgt. Okay, dann kann ich jetzt endlich hoch aufs Dach und nein, ich kann aufs Dach. Ich kann aufs Dach, jawohl. Ja, da unten liegen wir selber. Die Treppe ist so cool. Ich glaube, in Zukunft werde ich statt der Treppe so eine nehmen. Da krieg ich erstmal kein Drehbuch. Und je nachdem wie nimmt die auch nicht viel mehr Platz weg. So, jetzt kann ich mich also auf mein Schwerk konzentrieren. Ja. Na, wie sagt ihr das hier? Aber nächstes Haus wird sie dann Steinhaus. Wie viel Glück haben wir denn jetzt? Wie viel Glück haben wir denn jetzt? Ja. Na, die Fisch.